was geht ab heute herzlich willkommen zu einem weiteren video heute geht es um die lösung der geheimen challenge und zwar haben die bären und die zwerge ein frieden also endlich einen frieden beziehungsweise endlich frieden was heißt ein frieden es gibt ja keine menge von frieden aber die geheime challenge ist eigentlich ganz easy ist hier bei weeping woods landen neben diesem ghost house was mit dem großes passiert aber hier genau bei diesem baum also am anfang hier neben diesen neben diesem weg geht ihr einfach also geht diesen weg entlang und dann geht ihr nach links und macht einfach irgendein remote und dann bekommt die 15.000 ip und eine ein achievement ja ist dann als sachen freunde 15.000 ip warum nicht aber das war's mit der challenge beziehungsweise das war's mit dem video ihr müsst einfach hier landen und tanzen und das war's ich hoffe euch hat gefallen beziehungsweise euch hat es geholfen dass gerne ein leichter abonnieren und glocke aktiv händische gestern um keinen weiteren videos mit zu verpassen und dann würde ich sagen bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten video